Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von PrimeTeams 224. Heute geht es um EWI Einfach. Die sind seit 2019 in der deutschen Szene dabei, damals aber als OP Energy bekannt. Und seit Ende 2020 haben sie sich zu EWI Einfach rebrandet. EWI bzw. OP Energy war jahrelang bekannt als Ausbildungsverein. Sie hatten immer sehr geringes Budget und waren deshalb darauf angewiesen, gute junge Talente zu scouten. Deswegen waren sehr viele Dachtalente in ihrer frühen Karriere irgendwann mal bei EWI Einfach. Zum Beispiel Deeplex, Rika, Seas oder Lilip. Auch ich war 2020 als EWI Einfach. Das war meine erste Station nach meiner Spielerkarriere als Coach. Und eigentlich war es eine geile Zeit. Wir hatten das mit Abstand geringste Budget der Liga, sind dann im Sommer trotzdem Fünfter geworden. Und viele der Spieler sind dann einfach zu sehr guten Teams gewechselt. Das Witzigste an EWI ist eigentlich, sie wurden jahrelang immer als das mit Abstand schlechteste Teams in sämtlichen Tierlists geratet. Aber sie sind nie abgestiegen. Sie haben es immer gerade so geschafft, den Abstieg zu vermeiden, obwohl sie nie viel Geld reingesteckt haben, sondern immer nur junge Talente gescoutet haben. Und das hat EWI irgendwo auch ausgezeichnet. Seit letztem Jahr hat sich die Philosophie ein bisschen gewandelt. Sie haben ihr Budget deutlich erhöht, aber sie sind ihrer Linie, nur deutschsprachige Talente zu sein, immer noch treu geblieben. Deswegen ist EWI eins der wenigen Teams in der ersten Liga, wo auch wirklich noch Deutsch kommuniziert wird. Auch wenn letztes Jahr das Budget deutlich erhöht wurde, waren die Results im Spring-Spring sehr enttäuschend. Im Summer jedoch hat EWI deutlich besseres League of Legends gespielt und konnte bis zum letzten Spieltag um die Playoffs hoffen. Dieses Jahr soll es mit den Playoffs natürlich endlich klappen. Deshalb wurden nochmal Roster-Changes gemacht. Auf der Top-Lane haben sie Flamer geholt. Flamer spielt auch schon ewig competitive. Gegen den habe ich Season 5 oder Season 6 schon gespielt, als ich selber noch Top-Laner war. Er war jetzt allerdings nie in den allerbesten deutschen Teams, da er selber einfach andere Prioritäten hat. Deswegen war er eigentlich immer der König der zweiten Liga, weil er da unten angefochten der beste Top-Laner war. Aber auch letztes Jahr konnte Flamer durchaus zeigen, dass er einer der besseren Top-Laner in Div 1 ist. Im Early Game ist für mich Flamer der beste Top-Laner der Liga. Er hat letztes Jahr auch sehr, sehr gute Laning-Stats gehabt. Obwohl wir sehr häufig verloren haben, hatte Flamer die zwei besten Laning-Stats von allen Top-Lanern der Liga. Nur jenachs hatte bessere Stats in den ersten 15 Minuten. Und das zeigt eigentlich, wo Flamers klare Stärke ist. Nach der Laning-Phase hat Flamer jetzt ein paar Schwächen. Das Witzige ist, das war auch vor 7, 8 Jahren schon so, wenn man gegen Flamer gespielt hat. Die Leute haben immer gesagt, absolut krasser Laning, aber danach ein bisschen lost auf der Map. Natürlich hat er sich in der Hinsicht schon improved, aber ich denke, diesen Charakterzug wird er nie komplett los. Nichtsdestotrotz ist Flamer ein absolut krasses Signing für ewig. Flamer hatte die Jahre sehr, sehr viele LFL-Angebote, hat sie aber immer abgelehnt, weil er nicht ins Gaming-Haus will. Von dem her geht Flamer immer in das beste Team ohne Gaming-Haus. Und das scheint dieses Jahr ewig einfach zu sein. Im Jungle ist mit Dunker eine echte Konstante bei ewig einfach. Dunker war schon 2020 und 2021 bei ewig einfach. Ist dann ein Jahr zu Gamer Legion gewechselt, hat dort die Prime League gewonnen. Dann war er ein Split in Spanien. Da lief es jetzt nicht so gut. Und dann ist er im letzten Summer-Split wieder zu ewig einfach zurückgekehrt und hat dann im Sommer auch deutlich besseres League of Legends gespielt als im Spring. Ob das allein an Dunker lag oder ob die anderen Spiele so krass improved haben, ist von der Outside-Perspektive nicht zweifelsfrei zu beurteilen, aber ich denke, Dunker hatte durchaus seinen Anteil, dass ewig deutlich besser im Summer war als im Spring. In der Midland hat ewig Relative gesigned. Der hat die letzten Jahre in der 2. Liga gespielt. 2022 bei Eintracht Frankfurt. Konnte sich mit diesen allerdings nicht für das Relegationsturnier qualifizieren. 2023 hat er dann bei den DKB Diamonds gespielt und durchweg sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert. Er war einer der Hauptgründe, warum die Diamonds so großen Erfolg hatten und sich für die Relegation letztes Jahr qualifizieren konnten. Auch im Supercup hat Relative definitiv überzeugt und sie haben sich gegen 2 Erstligisten mit Eintracht Frankfurt und EWI Einfach durchgesetzt, wo Relative auch gegen beide Gegner absolut überzeugen konnte und gezeigt hat, dass er definitiv das Potenzial für die First Civ hat. Ein weiterer Punkt, warum Relative für mich auf jeden Fall ein guter Pickup ist, ist sein riesen Champion Pool. Er hat letztes Jahr insgesamt 24 verschiedene Midlander gespielt in 60 Games und das zeigt einfach, wie variabel Relative ist. Von Control Mages bis AD Carries bis Tanks hat er alles gespielt und es ist sich nie zu schade, einfach mal was fürs Team zu picken. Das ist für mich auf jeden Fall eine Qualität, die ein Midlander haben sollte, weil in der Midlander ist die Bandbreite an variablen Champions einfach am größten. Auf der Botlane hat sich bei EWI Einfach nichts verändert. Da spielt immer noch Tazaku. Seine bisherige Karriere war Result-Wise nicht sonderlich gut, auch wenn er individuell eigentlich immer solide gespielt hat. Die größte Entwicklung von Tazaku fand meines Erachtens zwischen letzten Spring und Summer statt. Letzten Spring waren E und Pan eine der schlechtesten Botlanes der Liga. Wir legen auch die unten eingeblendeten Stats. Aber im Summer haben die beiden so krass rasiert, die waren eigentlich nicht wiederzuerkennen, dass das dieselbe Botlane wie aus dem Spring war. Die haben sich so krass improved. Sieht man auch anhand der Stats, dass die innerhalb von zwei Monaten von einer der schlechtesten zu einer der besten Botlanes der Liga wurden. Da muss ich ihm und Pan auf jeden Fall Props aussprechen. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass EWI beide behalten hat. Der Support bleibt Pan. Pan spielt noch nicht sonderlich lange Competitive, hat 2022 angefangen, hat dort den Aufstieg mit Guazones in die spanische 1. Liga geschafft. Um ehrlich zu sein, fand ich Pan in 2022 nicht sonderlich gut, als wir gegen ihn gescrimmt haben. Aber Pan hat sich letztes Jahr sehr, sehr krass entwickelt. Von dem her bin ich der Ansicht, dass Pan ein guter Support ist und es macht definitiv Sinn, von EWI einfach ihn zu behalten. Meines Erachtens ist EWI das beste Mittelfeldteam der Liga. Ich denke, das Ziel Playoffs sollte auf jeden Fall realistisch sein. Aber ich denke, das Roster hat auch Potenzial, wenn sie sich gut verstehen, auch auf einem 4. oder 5. Platz vorzudringen und auch die Topteams hin und wieder ärgern zu können. Individuell haben sie auf jeden Fall ein gutes Lineup. Und ich glaube, dieses Team bringt alle Voraussetzungen mit, dass es der beste Split für EWI einfach jemals werden könnte. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von diesem Team haltet, ob ihr denkt, ob es EWI in die Playoffs schafft. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.